moin moin mein name ist Heinrich der Löwe und wir spielen mal wieder total war eine saga britannien auf dem schlachtwerk britannien so pferdezucht entwickelt ich würde aber trotzdem sagen wir kümmern uns noch ein bisschen um die sperrkämpfer weil ich habe mehr Sperrkämpfer als Kavallerie und ich wollte die ich glaube ich rüste erstmal die Sperrkämpfer aus wo hier auch die Huskals cool sind aber ich glaube jede meiner Armee hat mehrere Sperrkämpfer und es macht mehr Sinn gut folgendes jach die Armeen sind fast alle fertig das Problem was ich nicht mitgekriegt habe oder ob ich mich versehen habe es kann auch sein dieses Land gehört hier Stratklut bin ich der Meinung und ja mein Kumpel hat sie einfach mal eingenommen und hat auch schon wieder Frieden geführt mit Stratklut das habe ich aber meine Truppen habe ich hierhin bewegt überwintern lassen und dann gesehen ah scheiße hätte ja fast mein Kumpel angegriffen hier und das wollen wir nicht das heißt die sind schon wieder auf dem Rückweg die Armee von Stratklut ist jetzt hier in diese Richtung ach die haben da sogar schon was eingenommen ist glaube ich hierhin geschifft genau das heißt das dauert ja bestimmt 1 bei 3 Runden oder vielleicht ein Jahr bis der dann hier was von mir einnehmen könnte wenn er hier an Land geht mal gucken vielleicht hauen die sich auch auf der Nase und er lenkt die Armee ab und in der Zeit kann ich hier Stratklut einnehmen na mein Hauptstreit macht wird gleich die Hauptstadt einnehmen und er kann dann schön hier von hinten die Sachen einnehmen damit wir hier eine schöne Frontlinie haben und meine Idee war ja erst hier Eidenburg einzunehmen aber wie gesagt dann hätten wir hier diese 2,3,4 Provinzen hinter uns und dann hätte er da eine Armee ein ja erstellen können und quasi die einfachen Länder rein hätten wir dieses Zickzackspiel ich hasse dieses Zickzackspiel das heißt er nimmt eine Stadt ein ich versuche hinterher zu kommen nehme dann eine Stadt ein er nimmt die nächste Stadt ein wenn er nämlich die Stadt die er davor eingenommen hat also deshalb habe ich keinen Bock drauf da lieber eine schöne saubere Frontlinie und dann wird er aufgekehrt so wie ist es jetzt hier im Spiel am besten wie erklärt wird am besten jemanden den Krieg weil ich weiß nicht ob das Kriegskosten oder Kriegstreiberei oder irgendwie Malus gibt wenn man den einfach so den Krieg erklärt oder mit den Einheiten einfach gleich drauf ich mache es hier Diplomatisch Sprech die Wahrheit und ich höre zu Das ist beleidigend na gut wenn es beleidigend ist dann müssen wir dich halt erobern das ist Krieg erklärt Ah der hat wohl mächtige Freunde ähm ja ich versuche es trotzdem ich glaube die sind beide hier auf Irland die müssen erstmal rübergeschöpert kommen ja ja mh er könnte mir in den Rücken fallen also sind hier beide oh die haben ja schon den Norden platt gemacht da Mitte ist ja fast vernichtet und Dublin ist auch kleiner geboren oder? alter Schwede na gut machen wir ihr werdet bereuen uns zu feiern ja 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 über die Lehre versprechen so das Problem ist mit meinem Ketil der kommt erstmal auf das Land und da haben wir die Runde schon verschenkt dann heißt es erst Herbst kann er angreifen so er ist erst gerade ein Altklutz der Feind soll untergehen und wir können es erst belagern wohl mit hohen Verlusten können wir es auch einnehmen ach wir können nicht manuell wir müssen belagern jetzt sind es die Runden Arbeitskraft eine Runde ne komm eine Runde wie sieht es mit der Versorgung der Armee aus ist voll wunderbar ich bin mal gespannt was er hier macht König Tüftrick Gotteskrieger so das war der Sommer mit dem Geld warte ich nochmal vielleicht wir wollen ja sowieso Dublin bestechen und der Kapp ist noch zu heiß ne trinkbar und doch zu heiß doch zu heiß wenn ich von den anderen die wir jetzt mit dem Krieg erklärt haben in 5 Runden nichts sehe nichts jünger einen höheren Rang erreicht Tributplan für die Zukunft Bevor dieser Abwärtstrend zum Problem wird findet heraus wie ihr dauerhaft Anerkennung gewinnen könnt sind eure Langschiffe überall in der Welt unterwegs tut ihr alles was ihr könnt um eure Nachbarn auf Trab zu halten ja eigentlich schon Sieht nun wird belagert Siedlung verloren ah scheiße ich hätte doch noch warten müssen das heißt der wird in ein paar Runden das wird er jetzt einnehmen dann dauert das zwei Runden bis er hier ist also eins zwei drei vier dann könnte ich ihn vielleicht bei Nummer hier ab ja er ist ein Gegentreffen schade ich habe gehofft dass er hier meinen Kumpel antretet greift und was sagt Irland äh Dublin mach ich ihr seid willkommen was habt ihr für mich ich möchte gerne ein Bündnis Militärisches haben mit dir beleidigend vielleicht würde ich das nicht im Krieg machen so dann ich würde es am liebsten vernichten aber wir machen besetzen nur sechs was was ist das denn da achso ist das denn alles gerade Köschi gewesen oder mhm ziehen wir in der gleiche ab oder warten wir noch eine Runde wir schwören treuen Dienst wir könnten ihn noch ich mag den Typen ja nicht ne wir schicken ihn da schon mal vor der kann ja schon mal der kann ja ruhig sterben das ist kein Problem ich mag den nicht das war ein General dann rekrutieren wir einen anderen trink nochmal einen Schluck sie sollen verrecken so jetzt können wir Autokampf machen ich glaube hm ich weiß nicht ne komm machen wir Autokampf oder nicht Kampf oder nicht Kampf ach komm kämpfe mal lobe den Tag am Abend eine Ehefrau wenn sie gestorben ist eine Waffe wenn sie genutzt wurde eine Markt immer noch hey ich wollte es gerade lesen Mensch also bei der letzten Belagerung oder ich habe mich ja häufig schon nicht mit Ruhm bekleckert also ich möchte jetzt gewinnen mit König Eirik die Schlacht natürlich werden wir die gewinnen ähm ich hoffe nur wir werden die Verluste nicht so hoch haben also ist es nicht mehr als 100, 200 Leute sind mal gucken auf jeden Fall sind sie umzingelt das ist cool das heißt wir können von mehreren Seiten angreifen Regen mag ich nicht mag ich nicht mag ich nicht Nebel noch besser wow ach die haben zwei Welle wenn ich das so sehe aber der zweite ist nicht ganz geschlossen na gut aber man kann da Truppen aufstellen und somit halt das verengen und er hat zwei Punkte die man einnehmen muss ich weiß nicht ob muss oder kann so ähm erstmal alles was kein Belagerungsturm hat zur Schlacht bereit Schwertkämpfer erstmal weg bitte Bogenschützen weiter warten die Reiter können wir hier hinten in den Wald verstecken was ist denn denn noch Bogenschützen noch kurz zur Seite und hier habe ich dann Reiter mitgenommen schön dann kann man gerade aufstellen so Sperrkämpfer Sperrkämpfer verdammt das Gefecht wartet Sperrkämpfer jo das Gefecht wartet ich auch warum seid ihr nicht im Schutz fertig so holen ein paar Truppen die ja gleich mit nachmarschieren dann können wir später laufen so Start nahkampf einhalten die Berge halt den Rand schürzt euch hoch Axtkämpfer Axtkämpfer erledigt sie erledigt sie der Feind zittert angesichts unserer zahlenmäßigen Überlegenheit boah ist so nett spuren wir mal vor und dann würde ich sagen wird hier schon mal langsam losgehen losgehen ist das eine Schlickrückenformation upsala naja könnte schon mal losgehen die Bogenschützen schicken wir jetzt auch mal los was haben den hier so stehen Bogenschützen Axtkämpfer Schwerträger und schwere Schwertkämpfer gut ähm hab ich euch nicht ein Befehl gegeben der Feind nähert sich ich meinte ihr könnt gehen ähm die werden gesehen achso die sind schon im Kampf zu entschuldigen Axtkämpfer stecken wir euch auch schon mal dahin beim Rest würde ich jetzt mal belassen Axtkämpfer 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 Schwertkämpfer macht sie nieder jetzt ein Niederschießen auch sie mit Kabel die rheinlichen Tore wurden zuerst her hervorragend jetzt sind meine Truppen zu weit weg ich mach mal kurz auf Pause denn alle anderen die jetzt nicht die in Deckung sind bringt uns gerne Attacke so und die Kavallerie ziehen wir schon mal hier hin und ihr dürft jetzt anfangen zu rennen so Axtkämpfer 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 b front aientse Axtkämpfer 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 cast pres D Hallo, wir brauchen Verstärkung. Verdammt, ich habe es jetzt weit weggestellt. Ich habe es denselben Fehler wie letztes Mal auch gemacht. Ja, die ziehen sich zurück. Irgendwie doof. Für die. Ja, da steht nur so viel rum aus dem Lieg. Das ist die Kavalerie. Seht ihr, sie fliehen vor unserer Macht. Nicht, keine Pfeile schießen. Ah, das sind schon die Bogenschützen. Ah, nicht kämpfen. Wie sollt ihr euch da sammeln? Verdammt. Ich habe euch da zu früh hingeschickt. Aber ich komme vielleicht bis zum letzten Mann. Ah, die übeln schon. Die rennen. Und haben aufgegeben. Okay. Gucken wir doch mal, wie es hier hinten steht. Wie es da aussieht. So. Ihr könnt da auch schon mal hinwandern. Und ihr auch. Punkt, können wir auch einnehmen. Und derzeit kann ich mir mal schön schlucken. Ist vielleicht gar nicht so blöd, dann werden nämlich die Leute, die mich über die Brücke müssen, nämlich eigentlich gekillt. So, jetzt springen wir mal ein bisschen vor. So kommen alle jetzt hier in einer Schlacht in der Stadt. Genau. So, dann das nächste. Ich nehme das mal ein. Ihr nehmt das mal ein. Die Bogenschützen. Nein. Nur die Bogenschützen fassen wir mal in die Mitte. Wir greifen die Mauer an. Und dann reiten wir mit dem Kundschafter mal hier nach vorne. Reitet wie der Wind. Spuren wir mal kurz vor. Letztes Mal habe ich ja einfach meine Einheiten auf diese Position gezogen. Nahkämpfer geht ja, aber die ist nämlich der General. Kann sein, dass da auch noch eine Einheit ist, aber dann können die Nahkämpfer das platt machen. Wollen wir mal gucken. Wie viel Speere denn? Ach, die haben sich schon eingeigelt hier. Ist das eine schöne Formation. Und jetzt rennen sie. Äh, genau. Schießen, Jungs. Schießen. Keiner einziger hat gestorben. Das ist ein Satz mit X. Äh, Bogenschützen. Geschossen los. Und dann spuren wir vor. Äh, ihr dürft euch trotzdem mit den Rum ärgern. Nicht so viel töten wie geht. Na gut. Dann haben wir das. Ich bin mal gespannt, wie viel... Leute ich jetzt verloren habe. 151. Ja, 100 bis 200 ist okay. Na, wir haben 700 gekillt. Fast alle Verteidiger restlos niedergemetzelt. Mhm. Kann man mit leben. Ach, das Ausraum wär schön, aber ne, wie besetzt. Vertraut auf uns. So. Wir haben ja Herbst. Hm. Entweder wartet der, aber ich glaub der geht hier... Ne, der marschiert weiter. Der marschiert weiter. Ich weiß noch nicht was ich machen soll gegen den Typen da. Hm. Hm. Was war das? Achso, das neue Provinz. Die wir, ähm... Wo ich jemanden hinpacken kann. Harkon mein Sohn. Oder ja, natürlich der Sohn. Einfluss oder generell wie er zu dem König steht, das sehen wir natürlich nicht. Aber... Ich würde hier auf Finn-Pogi. Wir hatten doch schon Finn-Pogi, oder? Ach ne, der ist ja als General unterwegs. Würde ich sagen. Kali ist dann auch eher was für Krieger und dann nur den Kaufmann. Wann? Naja, komm. Wann denn doch Harkon? Der kostet ja nix. Wie ne mal Harkon, komm. Ah ne, ich bin den rekrutiert vielleicht. Ja. Wann kein Geld, oder was? Wann? 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 Kann ich die nicht nehmen? Achso, ich muss die markieren. Hier. Ah, jetzt aber. Ja, und er ist natürlich nicht zu treu. Ähm, was gibt's jetzt hier zu sehen? Er hat immer noch keine Ehefrau. Ich... Von welchem, von welcher, von welcher... Feindliches Blut wird fließen! Na, komm. Hätte mich aber interessiert, 36. Da hab ich jetzt grad nicht drauf geachtet. Den mag ich nicht. Chormark war das, glaub ich. Ist egal. Ketil hat auch schon drei Söhne. Ne, zwei Söhne, eine Tochter. Gut, dann haben wir das. Ähm, da können wir reparieren machen. Was ist das denn? Hock-Buck-Meister-Werkstatt. Mhm. Und... Schön! Ich versteh nicht, was jetzt... Was ich da soll. Wir haben ja schon einen Stadthalter, oder? Hm. Kann man, was macht man damit? Grundbesitz sichert die, ähm... Loyalität eines Charakters. Charaktere sind unzufrieden, wenn sie über weniger Grundbesitz... als ihr Fraktionsvöger verfügt. Grundbesitzer, Grundbesitzer, Grundbesitzer... Hä? Wie kann ich das da machen? Hm. Steht irgendwas mit Grundbesitzer drin, aber... Hm. Aufzeichen ist interessant, okay. Das realisieren wir! Ach so, das ist einfach nur eine Info, okay. Das realisieren wir! Der General ist fast tot, aber... Wir haben Streiter komplett ausgebaut. 59 Jahre, Mensch. Und Gisli, Gisli, Gisli... Na, den kriegen wir mal... Wir haben mal einen Priester. So! Minus 6, minus 2... Und minus 1, das geht ja. Und das war der Herbst. Ah! Na, eigentlich muss jetzt mein Sohnemann der... ähm... Ketil... so schnell wie möglich hier die hinteren Ländereien ein... auch Überschwemmung. Wo haben wir die Überschwemmung? Ich glaub da war sie letztes Mal auch. Wir ziehen in den Krieg! Gut, dass wir Geld beiseite gelegt haben. Und die nächste Siedlung verloren. Nicht möglich! Die Krieger sind bereit! Marschieren! Wir schwören Treuendienst! Wir schwören Treuendienst! Ich rekrutiere im Winter eigentlich ungern, aber... ...hilft ja nichts. Puh, das sind teure Einheiten... Puh, das sind teure Einheiten... ...und das sind teure Einheiten... Ich weiß nicht, ob es dann irgendwie einen Schaden gibt, wenn wir im Winter auf dem Wasser sind oder so. Umstrittene Seeregion. Gucken wir mal. Dann können wir nämlich den wegschnappen. Der geht dann dorthin. Ah! Perfekt. Vorwärts, zu Ruhm! Perfekt. Wir werden Angst verbreiten. So, dann können die sich da noch ein bisschen ausruhen. Und haben fast wieder volle Manneskraft. Äh, Manneskraft. Mannstärke. Und, äh... Ja, die Krieger der Götter, Gotteskrieger, die sind da quasi in der Falle. Ich weiß nicht, ob er mir entgegenkommt oder ob wir entgegenkommen müssen. Nicht, dass er aus See abhaut. Das wäre natürlich ganz blöd. Gucken wir mal. Ich bin gespannt. Das war der Winter. Dann machen wir mal eine Tasse Kapualle. Ach. So, jetzt gucken wir als erstes mal ein bisschen hier aufs Wasser. Aber eigentlich so weit ist das hier gar nicht. Ich glaube ein, zwei Runden und dann bist du von hier dahin. Easy peasy. Wir kommen ja quasi hier diesen Northumbwin, diesen Wikinger, ganz schön nah. Ähm, genau. Freundlich, verschlechtert sich. Krieg mit Uelight. Militärische Aktion gegen Stratklut. Krieg mit Stratklut. Gebrochene Abkommen. Ich habe ein Abkommen mit Dingen gehabt. War gut. Ganz schön diplomatischen Bonus. Ich werde mir eure Vorschläge anhören. Gut, Fried. Ich möchte nur nicht, dass du mir in den Rücken fällst. Ich möchte, dass wir dick Freunde bleiben. Okay. Na, ist beleidigend. Schade. Gibt er mir kein Nichts Angriff packt oder so. Auch beleidigend. Ja gut, dann nichts. Wie sieht es mit ihr Dublin aus, genau? Sind auch freundlich. Euer Besuch bereichert meine Hallen. Setzt euch. Und ich hätte gerne ein militärisches Bündnis. Das ist auch beleidigend. Ach Gott. Oh, hier sind Rebellenaufstände. Und da bin ich im Kämpf gegen Mitte. Mitte hat nur noch eine Stadt. Oder eine Region. Und dann war es das mit Mitte. Die halten sich alles offen, die Leute. Ach, Beute und Ruhm. Was für schöne Wörter. Kommt uns entgegen. Nicht. Er verbarrikadiert sich da. Verlasst euch auf uns. Ist alles aufgerüstet? Oder ausgerüstet? Ich warte. Wie weit? Er muss ein bisschen laufen. Ich schicke ihn vielleicht als Köder. So ein bisschen. Vielleicht. Entweder. Ihr. Wie heißt du? Naja. König von Stratklud. Entweder zieht er sich zurück. Oder. Er kommt mir entgegen. Wir führen euch zu Ruhm. Vielleicht reicht das ja. Um ihn anzulocken. Soll er ihn ruhig töten. Den Typen mögen wir ja nicht. Weil ich mag ihn nicht. Finn, Boogie. Ja. Und dann machst du das schon wieder mit dem Frühling. Oder? Komm mal dahin. Wir kommen dahin. Aber wollen wir nicht. Nee, nee. Ich warte nochmal ne Runde. Ich weiß nicht. Wir haben ja keinen Einblick, was für eine Armee da hat. Da warte ich lieber noch einmal und nutze halt diese Verstärkung hier. Leid über unsere Feinde. Von Finn, Boogie. Können wir irgendwas ausbauen mal. Die Stadt können wir verbessern. Minus 25 Nahrung. Das lassen wir mal lieber. Dann machen wir uns ein bisschen unglücklich. Die Leute in der Provinz sind schon unglücklich. Wo wollen wir nichts? Und hier ist dasselbe Spiel. Auch wieder minus 25. Ah. Fischerei. Ausbauen. Ja, ich denke mal. Ich werde hier erstmal einen Cut machen. Und ja. Mal gucken, wie sich der König von Strathcloth entscheidet. Wird er Finn, Boogie, jagen? Oder vielleicht töten? Ich weiß nicht, wie die Reichweite ist. Wenn er ihn tötet, ist nicht schlimm. Dann weiß ich wenigstens, was er für Truppen hat. Und kann je nachdem entscheiden. Oder wird er sich zurückziehen? Hm. Spannend. Spannend, spannend, spannend. Aber wenn die an mir gefallen ist, dann war es mit Strathcloth. Dann war es das. Für die. Keine Widerworte. Sagt er einfach nein. So. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, wenn es euch gefallen hat, hinterlasst bitte gern ein Däumchen oder ein Abo. Und ansonsten wünsche ich euch noch viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao.